Äh, Counter bei zwei... Öh... Äh... Counter bei zwei oder drei. Ich habe vor einer viertel Stunde was bei Ebay ersteigert. Und zwar habe ich mit, äh, zwei Sekunden vor Deadline mit einem Cent mehr als der zweithöchst bietende die Auktion gewonnen. Nicht schlecht. Ja, das ist diese Spielereien, ja. Ne, ich war der Höchstbietende und er hat halt eben fünf Sekunden vor Ende nochmal nachgeboten. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich einer überbietet, war aber vorbereitet, falls da noch was sich ändert. Und habe es dann gerade noch auf Abschicken klicken, äh, geschafft. Dies ist die letzte Runde. Drei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmm, Oskar sagt, sein Game crasht, wenn er versucht zu joinen. Und ich crashe gegen Wände, wenn ich versuche, Sachen zu lesen. Und ich schaffe, Sachen zu lesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist aber auch störend, wenn da einer vor einem rumgurkt. Ich schieb das alles auf dich. Oh, ah, fuck. Ich muss noch kurz auf die Bremse hier. Ja, bei dir scheint es störend zu sein, wenn du alleine fährst. Ja, ne? Ich komme wieder nicht von der Wand weg, ey. Es wird sehr viel weniger sein können. Ob ich denn die Vollskin auf Transparenz setzen kann, dann sehe ich dich nicht mehr. Hm. Geht das denn, dass du sagen kannst, die Skins sind transparent? Ne, es gibt keine Transparenz in den Skins. Ich kann es halt alles auf schwarz machen, aber... Oder auf weiß, aber ist immer noch nicht transparent. Alter, war ein Screenshot! Und nimm das heute mal auf! Äh, Aufnahme läuft da. Aber soll ich den Screenshoten? Ja, mit fünf Spieler. Wann waren das letzte Mal? Vor zehn Jahren? Ne, 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 nicht vor zehn Jahren. Ah ja, ist okay. Oh, 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 oh. Sogar dieses Jahr, glaube ich. Aber es ist selten, das ist richtig. Besser aus Protest nehme ich CLK. Soll ich seit 50 nehmen, fände ich. Was ist denn hier für eine Strecke? Coastal, vorwärts. Ah, fuck, was nehme ich denn da? Ne, ich muss vorne bleiben. Komm, ähm. CLK Edition würde ich sagen, ja. Aber nicht, nicht, äh, normale. Hin tamt, schauer flames nicht mehr. of mich selber is geschlecht. ...eine B Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sky, kein Auto. Naja, aber zu langsam. Ja, dann wähl halt nicht so schnell. Will ich das schnell lade? Nein, das ist damit gesund. Nein, er hat andere Voli, siehst du? Er hat andere. Versichere. Er hat andere Vila. Es geht mit dem Drei. Versichere eigentliche ich beim nächsten Mal. Ja, dann wird das Vila. Sollte. Toll ey, aber Bam war auch nicht gerade so gut. Der hat auch nochmal abgeflogen, ja. Der hat auch noch nicht gerade so gut. Alter Schwede, es sind wirklich jetzt alle vier komplett auf einem Punkt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, ich fliege Ich hebe ja gerade ab, weil es schnell war Ohne Witz Ist doch nicht wahr Ist doch nicht wahr Alter, ohne Witz, wann kommt das mal vor? Nö, da kann man da fliegen, keine Frage Wann ist es Zum ersten Mal da, ernsthaft Aber auch nicht wegen Geschwindigkeit, es ist einfach nur Pech Nein, ich bin einfach so geil da rumgekommen Um die S-Kurve Warst du vorher vor dem Sprung in den fünften hoch Oder erst danach? Nein, ich fahre doch Automatik Ja, ich weiß Und wenn die Automatik nicht vorher in den fünften hoch schaltet Dann warst du nicht schnell an der Stelle Ach, weiß ich nicht, ist mir egal Das Spiel Oh, drei Sekunden Kann ja nicht wahr sein hier Jetzt mal Konzentration, ne wieder Wir sind nur noch vier Leute Irgendwie ist einer weg Ja, Sky Wegen Lenkort oder so Na vier esperar Irgendwie ist N American Oh S exponential Oh Là Tok Liz Oh 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 Ah, fuck, griffst's. Oh, wie kommt man da nur rüber? So offenbar nicht. Nee. Oh, hier in fucking Liff, ja, ja, ja. Oh, hier in fucking Liff. Oh, hier. Oh, hier in fucking Liff. 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 Gut. Oh, hier in fucking Liff. Gut. Gut. Oh. oh ja oh ja na gut ich kann auch hier wieder einen schlechten tag haben ich warte extra lange dann darf ich jetzt wählen die alten zeiten sind schon wahnsinn da würde ich gerne mal die leute noch mal treffen diese gefahren haben die was zeiten die zeit mit stundenfahrzeugen hier so 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 Ausgebrochen Komisch, was sieht man immer nur mit dem CLK? Oh, der fährt unten lang. Okay, so richtig langsam war es auch nicht, was er da gemacht hat. Ja, das ist langsam. Viel Spiel ist wirklich verloren. Okay, so richtig langsam war es auch nicht. Okay, so richtig langsam war es auch nicht. Ja, und halb Sekunden, langsamer. Ja, hätte ich geschlagen normalerweise, ey. Okay, fuck, ey. Dann kann ich alles haben. Heute. Ja, das reicht gut, fuck. Na gut, da gut. Komale Automatik. Ich muss mal gucken, was bei denen hier bringt manuell. Ja, weil CLK-Version, äh, in die Edition bringt es garantiert was. Aber hier weiß ich nicht. Puh, warum soll das hier nicht was bringen, wenn es bei dem anderen was bringt. Ja, du bist an bestimmten Stellen halt schon etwas langsamer, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, bringt es ja was, wenn die Automatik irgendwie für irgendeine Passage den falschen Gang nimmt. Und das ändert sich kaum, welcher Gang wo genommen wird von der Automatik. Ich wüsste hier zumindest kein Beispiel, wo es anders ist. Alter, ist aber auch... Du siehst einfach nichts, wenn da so ein CLK vor dir hängt. Könntest du dein Auto nicht ein bisschen tiefer legen? Schon tiefer belegt, klar. Ja, so, dass ich was sehen kann. Oh. Toll. Ganze Scheiß umsonst. Soll es regeneratoren? Toll, danke. Ah, toll! Weißt du ja nicht. Jetzt postet er, als ich ja stuldige. Ich seh's im Augenwinkel. Er irritiert. Das ist auch im Augenwinkel. Hm? Oh, my God. schon wieder ich weiß doch wie schnell ich sein darf du bist dritter ich habe keine ahnung was ist was nehme ich denn wenn du das machst mache ich das auch er nimmt auch clk sky fire zurück ich habe 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 sol hat die abkürzung verkackt aber ich bin auch nicht gut durchgekommen aber besser als du das ist deine letzte runde ich habe ich habe ich habe jetzt sehe ich ein weißes blattpapier ich habe das ist aber so clever dass man immer erst nach dem beginn des renntags versucht es einzurichten ich habe ich habe auch echt keine ahnung was das für menüs sind also zur normalen hp2 installation gehört das nicht dazu aber so gesehen könnten wir halt echt zwei leute mehr sein wenn die es halt vorher eingerichtet hätten ja und noch demon wenn er mit fahren würde ja sky fire wieder draußen und sky fire wieder drin keine ahnung warum das so ist bei dem und er kann ja nichts einstellen in der zeit ja vielleicht irgendwie super crash und keinen bock zu ende zu fahren oder sowas und dann lieber fürs nächste rennen wieder dabei sein glückwunsch du bist dritter alter 99 nachrichten im discord seit wir angefangen haben heute ok nein nein ja genau seit wir heute angefangen haben ich meine ich sehe es zwar vorbeiscrollen aber der counter ist halt immer so 99 also wahrscheinlich dann eher mindestens 99 keine ahnung ja mal sehen wenn die nächste nachricht kommt ob es dann auf 100 geht oder auf 99 bleibt aha das kann ich jetzt nicht einzufahren er redet wahrscheinlich mit dings mit mit der sky ich habe roter ping ja ich hatte auch im ruckeligen start und noch einen gelben ping ja ist auch 100 nachrichten hochgegangen also es sind echt 100 nachrichten hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Uiuiuiuiuiuii Das war jetzt gerade wieder auf frohen Eiern sag ich dir Puh die halten das gewicht vom Wagen nicht lange aus Hartkocht aber auch nicht so gesehen das ist egal Oh, sie haben die zwei Nachrichten vorgekriegt. Kannst du bitte erwähnen. Wen erwähnen? Die merken das doch gar nicht. Oh, so kann ich verlassen. Ja. Ja, weißt du, wenn ich da bin, ist der Frust wegs ins Unermessliche. Na guck, fasst das doppelte, komm, komm, ich kriege es noch hin. Was wird denn jetzt? Garantiert, oh, 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 oh. ist das punkt aber warte mal ist das punkt punkt wenn man das wohl rausfinden könnte ich aktiviere mal ich stinke gerade wie jemand der vier stunden und durch die stadt gelaufen ist durch den park meine ich ja genau das titel daran hat warte mal so vorwärts warum ich hab's auch nicht gemerkt ich hab's auch nicht gemerkt ja ich hab auch ein zilk macht er extra ich hab's noch geschaut welche strecke aber die richtung habe ich dann gar nicht mehr geguckt dachte mich wenn es sich so freut dann wird es ja wohl rückwärts sein ja ich ging davon aus dass du das ja wohl testen will ich habe nur kurz packt ist immer nur fünf sekunden zeit was ist das ansehen wie hast du denn nur fünf sekunden zeit 15 sekunden ja auch auto auswählen strecke angucken ja du kannst ja vorher aus angucken bevor du auswählst ja ich glaube gemacht habe ich ja deine schuld ja du und wer meine chance lassen dies ist die letzte runde ja ja Ah, scheiße. Schlecht. Ah, fuck it. Ah, habt ihr ab kurzem schlecht genommen. Ja. Du hast das Auto schlecht genommen. Ja, natürlich. Jetzt nehmen wir das richtige Auto, ne? Jetzt ist es rückwärts. Mal gucken. Ne, glaube ich nicht wieder. Naja, jetzt ist es gleich. Würde man leben. Müsste man laden, ja. Ah, stimmt genau. Dann hätte man es schon sehen können, ja. Oh, Direction Random, aber dann kann auch Mirrod vorkommen. Oh je, das riecht ja gar nicht. Ciao. Hey, será elementary grade läuft des Flugends? Oh. Ooh. comprehensivement Cape Jawaschuladёт scattered in bed. Oh, man. T von mir. Ah, wow. Oh, man. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mann, oh, Mann, oh, Mann. Gut, dass ihr alle so weit weg seid. Und ich sehe, was ich für eine Scheiße baue. Ja, gut, wir haben aber alle noch mehr Scheiße gebaut. Ja. Wir sind gleichzeitig losgefahren. So macht der Vergleich Sinn hier. So, und jetzt wieder rückwärts ins Ziel rollen? Nein. Ah, Sky hat der Zucker kurz vorm Ende nochmal überholt. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen. Knappig Dingele. Boah, ja, aber echt fahre ich, lang fahre ich echt nicht mehr. Ja, solange ich natürlich erster bleibe, na klar, ne? Wie viel hast du denn, mein Gott? 15 oder so. Du hast 9. Oh, ja, nee, nee. Da musst du dir keine Sorgen machen. Whitescreen. Ey, wir wissen, ob du Whitescreen getestet hast. No, zu wenig Zeit gehabt. O Baby. Huh. Oh. Oh, ja. Oh. 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 Ich glaube, mein Sessel ist schief. Du kannst ja am Stehen fahren. Ja. Passt der Winkel nicht mehr. Dann müsstest du irgendwie einen motorisierten Bildschirmhalter haben, der das immer anpasst. Der irgendwie erkennt, wo du sitzt und an dem Bildschirm entsprechend dreht. Ja, da erzählen wir noch mehr davon. Ja, dafür bräuchtest du eine Kamera, die irgendwie deine Körperhaltung erkennt. Ich frage, ob da vielleicht eine Infrarot-Kamera besser geeignet wäre als eine normale Kamera. Schon wieder hier. Nee, Alter. Diesmal konnte ich es zumindest sehen. Guck, da oben, siehst du es jetzt, siehst du es jetzt? Hm, tatsächlich. Aber es war vorher die ganze Zeit nicht. Wahrscheinlich hat er es jetzt angemacht. Und deswegen ist es jetzt auch random für... Obwohl, die Richtung kannst du ja im normalen Abitur auch auf random stellen. Ich bin ja im normalen Abitur. Ist jemand berührt? Naja, berührt würde ich es nicht nennen. Eher brutal reingescheppert. Hat mich wieder gebracht genommen. Nochmal machen? Ja, aber jetzt habe ich sie berührt. Wobei das Berühren gar nicht das Problem war, sondern dass es vom Gas gehen musste, damit ich nicht wieder voll reinscheppere. Aber wir sind ja quasi nur noch 100 Meter vom Ziel entfernt, das heißt, du darfst dich ja gar nicht mehr überholen. Ja, guck den hier, ja, hier schon wieder, ja, 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 nee, das muss nichts mehr, du machst ja Fehler mehr. Ich kann Fehler machen, wie ich will, aber wir sind ja 100 Meter nur noch vom Ziel entfernt, du darfst ja gar nicht. Das können wir nicht mehr ausfinden, tut mir leid. Ach, ja, nee, komm, neue Strecke. Neue Strecke? Ich dachte, aufhören. Ja, du musst uns jetzt irgendwie erwähnen. Mal gucken, was für eine Strecke ist. Oder kommt, meine ich. Ja, wohl, normal haben wir immer so gemacht, solange Klasse 1 kommt, fahren wir weiter, ne? Uiuiui, ja, kann man noch sehen, ne? Ja, aber auch nur das eine. Ich glaube, zwei fahre ich davon nicht. Mal was last. Äh, Farbe gar nicht ausgewählt. Ja, nehmen Farbe, die anderen blendet oder sowas. Rot. Naja, blenden tut die nicht. Wieder die Strecke? Vorwärts. Jetzt will ich hier den C.U. schreiben, aber es geht gar nicht. Uahaha, so knapp. Wer fährt noch mit? Barzuka? Nee. Bäm? Ja, ist ja vorwärts. Bäm ist der der... Ja, weiß der. Was fährt der, ähm? Siehst du doch. Nein. Orangener Punkt auf der Karte. Ich bin auch orange. Du bist silber. Du bist silber. Ich bin aber orange. Wieso bist du orange? Ich hab das für... ...hab das... ...die Pfeil zum Server. Ja, aber das... Okay, dann hast du von manuell orange ausgewählt für den CLK. Nein! Standard. Nein. Ist aber so. Dann hast du irgendwas komisches. Ja, genau. Dann hab ich was komisches. Irgendwo fahr ich. Ja. Ja gut, ich hab gerade ja auch keine K-Skins für den CLK. Muss ich wahrscheinlich vergessen haben, nach dem letzten Speedrun-Versuch oder irgendwas... ...hier zurück zu kopieren. Ja. Bei dem Bergaufstück vorsichtig sein. Na, ich hab gewandt berührt. Ohne Ende. Also vor, also überhaupt, ja. Das ist die letzte Runde. Ohne End não. Ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Das ist nicht so. Ahne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Bethan of, ja. Ohne Ende. Ohne Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020